Nein! Oho, warum diese Map? Oh, shit. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal der nächste Lüß. Schauen wir nicht. Nicht die Map. Jede Map, aber nicht diese. Die Lüß. Nein. Ach stimmt, die Taschenlampe, oh mein Gott, ganz vergessen. Okay, die eine Tante, ah, hallo. Geil, let's go. Nice, bisher läuft alles super. Okay, der ist irgendwo dort hinten, safe. Die sind irgendwo hinten. Das sag ich doch. Was hier, ihre Aufgabe ist, kein Plan. Aber wir gehen erst mal zurück zum Hook. Die Tunnel. Ich glaube, Flink hat sie ja noch. Was sie jetzt zum Beispiel nicht nutzt. Fuck, ich muss hier in der Nähe bleiben. Shit. Ich komm grad nicht rüber. Ich komm grad nicht rüber. Geil. Oh. Oh, ich hab's dir wehgetan. Ach, schaff ich nicht. Komm. Komm. Hä, haben die sich nicht hier grad irgendwo gehalten? Ach, da... Oh. Ich würde sagen, du bist tot. Yes. Ah, das ist okay. Nein. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ah, das war ich. ihn erst mal hinterher da ohne witz du läufst die ganze zeit mit der tasche was irgendwie gar nichts ja keine ahnung übelst komisch da ist oh man da wird gerettet oh warte mal hey ich kann dich doch töten letztes urteil da ist sie dann gelaufen perfekt ich kann ihn nicht rein also jetzt hätte ich meine mission zum beispiel fertig aber nein ich habe sie ja diesmal nicht ausgewählt oh mein gott don't do it thanks tja das war's aber hat spaß gemacht aber holy moly das ist das ging echt ein bisschen zu schnell wenn man gegen treten kommen schnell Hey, Tucker.